Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Heute geht es um Festplattenverschlüsselung mit LUX und LVM, wobei LVM ja keine Verschlüsselung ist. LUX ist die Verschlüsselung dabei, aber viele Distributionen machen das in dieser Kombination. Ihr könnt ja gerne mal ausprobieren und ich denke, ich werde mal dazu ein Video machen. So ein Rundum-Service für wirklich gut abgesicherte Server und werde da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel von der Diskussion hier mitnehmen. Dann können wir ja auch eine Kooperationsserie draus machen. Ja, und dieses Video ist das vorläufig letzte Video unserer gemeinsamen Serie zum Thema Sicherheit von Jean, Micha und mir. Da gibt es verschiedene Videos in dieser Playlist auf YouTube und da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Das Video, was schon mit einigem Abstand davor gekommen ist, das ist das GoCryptFS Video von Micha. Guckt auf jeden Fall mal rein. Ein paar von diesen Grundlagen, die er erklärt hat, die erkläre ich jetzt nicht nochmal. Die lassen sich quasi hier drauf auch so ein bisschen übertragen. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und Micha mal sogar. Ja, genau. Also reinschauen ist quasi Licht. Bevor wir jetzt richtig loslegen, Festplattenverschlüsselung, was ist das überhaupt? Beziehungsweise wofür ist das überhaupt gut? Dabei werden Dateien und Verzeichnisse nur in einer verschlüsselten Form auf einem physikalischen Datenträger abgelegt. Das kann eine SSD sein, eine Festplatte, ein USB-Stick oder irgendwas anderes. Dann werden die Daten beim Lesen transparent entschlüsselt. Also die Daten werden natürlich nicht unverschlüsselt dann auf den Datenträger geschrieben, um sie nachher zu lesen, sondern sie bleiben weiterhin verschlüsselt auf dem physikalischen Datenträger. Beim Schreiben werden diese Daten transparent verschlüsselt und dann verschlüsselt abgelegt. Das Ganze schützt euch allerdings nur, wenn dieser Datenträger ausgehängt ist, also nicht eingemountet ist. Und ja, ich habe das mal genannt offen. Also wenn dieser verschlüsselte Datenspeicher nicht offen ist, also ihr nicht lesen oder schreiben darauf könnt, in der transparent entschlüsselten Form. Ja, das klingt jetzt ja erstmal nicht so toll, aber wofür ist das Ganze gut? Wenn jetzt ein Notebook, was ausgeschaltet ist, in diesem geschlossenen Zustand gestohlen wird, so kann der Dieb sich zwar über das Gerät freuen, kommt aber an die Daten ohne ein Passwort nicht ran. Also letztendlich hat er bloß Datenmüll plus das Gerät. Wenn das Gerät in einem offenen Zustand ist, dann kann natürlich jeder darauf zugreifen, also irgendwelche Schadsoftware, die in eurem Benutzerkontext läuft und auf eure Dateien und Verzeichnisse zugreifen kann, die kann natürlich diese Daten auch auslesen und auch verändern. Das bringt euch denn insofern nichts. Ja, also Festplattenverschlüsselung ist eben nur ein Baustein in eurem größeren Sicherheitskonzept. Jetzt solltet ihr eigentlich wissen, wofür das gut ist und wogegen es nun nicht hilft. Von daher müsst ihr eben andere Sicherheitskonzepte drumherum stricken, damit das Ganze überhaupt Sinn macht. Aber es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, die man machen sollte, aber alleine hilft sie eben nur bedingt. Ja, wo kriegt man jetzt diese Festplattenverschlüsselung mit LUX und LVM so mit dabei? Das gibt es in verschiedenen Distributionen im Installer direkt. Bei Debian ist es, bei Ubuntu ist es, bei Linux Mint, bei OpenSUSE und vielen anderen mehr. Ich habe jetzt mal hier so ein Beispiel rausgepickt, wie denn so ein Festplatten- oder SSD-Layout hinterher aussieht. Ich habe hier so eine 1TB Festplatte und dieses System bootet per BIOS. Also nicht UEFI, sondern dieses traditionelle BIOS. Dort haben wir jetzt insgesamt drei Partitionen. Also wir haben jetzt eine Partition, eben dieses Boot. Und da drunter sind halt Kernel und initRAMFS drunter. Das wird eben gebraucht, damit das System hochfährt und nachher diese Festplattenverschlüsselung überhaupt benutzen kann. Dann haben wir hier eine erweiterte Partition. Das ist dieses SDA2. Und da drin befindet sich eben eine logische Partition SDA5, die den ganzen Speicherplatz eben verwendet, der noch da ist. Und innerhalb von dieser logischen Partition ist das LVM. Das ist quasi wie nochmal, ja, so ein Partitionierungsschema nochmal da drin. Ist ein bisschen flexibler. Und da drum ist so eine Hülle aus Verschlüsselung. Das ist Lux drum. Das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Klickt erstmal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen wirr oder so. Oder so ein bisschen abgefahren. Aber das hat schon seinen Sinn. Bevor wir uns das Ganze jetzt mal im Detail angucken, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns das einfach mal an, wie das bei Debian so aussieht. Das hier ist der Debian Installer. So, jetzt haben wir eben verschiedene Optionen. Also das hier standardmäßig vollständige Festplatte verwenden. Das verschlüsselt nicht. Das verwendet auch kein LVM. Das Interessante für uns ist jetzt hier eben geführt, gesamte Platte mit verschlüsseltem LVM. Machen wir einfach mal weiter. Da ich eben bloß ein Laufwerk hier drin habe in meiner virtuellen Maschine, habe ich eben auch keine Auswahl. Machen wir mal wieder weiter. Und dann kann ich sagen, ob ich da jetzt nochmal was aufteilen möchte oder eben alle Daten auf eine Partition für Anfänger empfohlen. Also ich habe es jetzt bis jetzt auch immer so gemacht. Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie so eine praktische Variante. Kann man natürlich machen, dass man das nochmal irgendwie einteilt. Aber irgendwann kommt man dann vielleicht zum Schluss, dass die Partition für Home denn vielleicht zu klein war. Und dann versucht man da wieder was hin und her. Und ach, warum? Dann als nächstes geht es um den Logical Volume Manager. Das ist das LVM. Das möchte ich jetzt natürlich einrichten. Also sage ich hier Ja und gehe auf Weiter. Und dann werden jetzt erstmal ja quasi Zufallswerte auf diese Partitionen draufgeschrieben, damit man von außen quasi nicht sehen kann, ob da jetzt wirklich Nutzdaten oder verschlüsselte Daten abgelegt sind. Das erhöht die Sicherheit. Dauert natürlich relativ lange, je nachdem wie groß euer Laufwerk ist. Ich sage jetzt mal abbrechen. Ihr solltet das natürlich machen. Und dann gebe ich ein Passwort vor, was eben zum Verschlüsseln und Öffnen gebraucht wird. Beziehungsweise das ist eben kein Passwort, sondern eine Phrase. Also das sollte natürlich möglichst lang sein. Ich mache das hier jetzt mal ganz schnell und kurz. Macht das bitte so nicht nach. Also schön lang machen. Und dann sagt ihr halt eben da halt weiter. Und ja, jammert rum. Ja, das will ich jetzt. Also das will ich für produktiv natürlich nicht. Aber ich sage jetzt einfach mal Ja. So, und damit habe ich jetzt quasi diese äußere Hülle gebaut. Also diese Verschlüsselungshülle. Da drin befindet sich das LVM. Und jetzt kann ich noch angeben, wie ich dort drin quasi nochmal so partitionieren möchte. Ich verwende üblicherweise den gesamten Speicherplatz, der mir hier vorgegeben wird. Und dann hinterher sieht das so aus. Das Partitionslayout. Und da drin habe ich jetzt einmal hier mein Krypto. Das ist quasi so der physikalische Speicherort. Also diese logische Partition, wo mein Krypto LVM reinkommt. Und in diesem Krypto LVM, was jetzt hier diesen ganzen Speicher benutzt, also diese 8,1 Gigabyte. Da drin ist wiederum aufgeteilt über den LVM. So eine Art Partitionierung in ein Route-Dateisystem mit ext4. Und ein Swap-Bereich. Die Änderung möchte ich natürlich auch wieder übernehmen und sage hier Ja. Dann wird die S11 angelegt und das Installieren von dem Betriebssystem startet jetzt ganz normal. Also so viel dazu, wie das in dem Installer bei Debian funktioniert. Bei Ubuntu und Linux Mint ist es natürlich ein bisschen anders, aber ähnlich. So, so viel dazu. Damit wisst ihr jetzt, wie ihr das Ganze unter Debian 11 einrichtet. Wenn euch jetzt die ganzen Details, wie das im Hintergrund funktioniert, überhaupt nicht interessieren, dann seid ihr jetzt schon fertig. Dann abonnieren, Glocke drücken und so weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ansonsten geht es halt weiter mit Grundlagen. Also wir begeben uns jetzt weg von diesem grafischen Installer bei Debian und gucken uns an, wie das Ganze quasi so im Hintergrund funktioniert. Also wir haben diesen LVM, diesen Logical Volume Manager. Der bildet eben noch so eine zusätzliche Abstraktionsschicht zwischen physikalischen Datenträgern beziehungsweise Festplatten, SSDs und den Partitionen da drin und im Dateisystem. Normalerweise würdet ihr ein Dateisystem direkt auf einer Partition anlegen und könnt es dann nutzen und da schiebt sich halt nochmal LVM dazwischen. LVM besteht aus einem Kernelmodul und Kommandozeilenprogramm oder es gibt natürlich auch grafische Anwendungen, die das Ganze nochmal für euch einfacher zugänglich machen, sowie dieses G-Parted. Damit kann man partitionieren, formatieren, LVMs anlegen und sowas tun. Da sich das Ganze bei LVM jetzt nun nicht um Partitionen, wie ich es vereinfacht mal genannt habe, handelt, haben sie eben auch andere Begriffe für den Datenspeicher und so weiter. Gehen wir das einmal so durch. Also wir haben dieses Physical Volume, ein PV, das ist ein physikalischer Datenspeicher. Das kann eine Festplatte sein, eine SSD, eine Partition oder auch ein externer Datenspeicher wie ein USB-Stick. Wenn wir den jetzt benutzen möchten, um daraus so ein LVM zu bauen, dann machen wir dieses PV-Create und geben dann an, ja, wo wir denn unsere Struktur für dieses Physical Volume anlegen möchten. Also da schreibt da Daten drauf. So, nachdem wir jetzt unsere Physical Volumes initialisiert haben, können wir die jetzt zusammenfassen zu einer Volume Group. So eine Volume Group, das können wir uns so vorstellen wie so ein Rate, was eben kein Mirroring macht, kein Striping, sondern einfach bloß ein Haufen von einzelnen Speichergeräten ist, wo jetzt Daten so nacheinander geschrieben werden. Das ist dieses, gerade nachgeguckt, JBOD, Just a Bunch of Disks. Also einfach nur ein Haufen von, ja, Platten oder eben Datenspeichern, die da einfach so zusammengematscht werden. Also die werden so hintereinander geklebt, so ganz grob. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann nehmen wir eben unsere vorher initialisierten Datenspeicher. Dann machen wir VG-Create, denken uns irgendwie einen Namen aus, wie wir das Ganze nennen wollen. Also ich habe es hier jetzt VG1, Volume Group 1, soweit so kreativ genannt. Und dann eben gebe ich die einzelnen Geräte an, die ich eben vorher initialisiert habe. Ich kann da auch natürlich Partitionen nehmen. Dann würde das heißen, dev-sdb1 oder so, muss ich natürlich vorher initialisiert haben. Danach habe ich so einen, ja, Datenbereich, diese Volume Group, die ich quasi nochmal so partitionieren kann. Wobei das in dem Jargon natürlich nicht Partitionen heißt, sondern Logical Volumes. Und die kann ich innerhalb von so einer Volume Group eben, ja, anlegen. Kann ich die formatieren und natürlich auch mounten. Über LV-Create kann ich angeben, wie groß das Ganze sein soll. Und ich sage jetzt hier mit LV-Create minus großes L, 1024 M für Megabyte, also 1 Gigabyte letztendlich. Und dem Namen N-Swap, dass ich das Ganze Swap nennen möchte. Und das Ganze aus meiner Volume Group 1 nehmen möchte. Dann mache ich quasi was Ähnliches nochmal. Ich lege mir ein Root-Volume an. Dort sage ich aber über den Parameter minus kleines L, 100% free, dass ich den ganzen restlichen Speicher haben möchte. Dann habe ich hinterher dieses Layout, was es auch bei dem Debian Installer gab, 1 Gigabyte für Swap innerhalb von diesem Logical Volume und den restlichen freien Speicherplatz für mein Root-Dateisystem, wo das Betriebssystem draufkommt, meine ganzen Programme, meine Home-Verzeichnisse und so weiter und so fort. Damit habe ich jetzt quasi so was Ähnliches nochmal gebaut, bloß eben per Hand. Das geschieht quasi auch so im Hintergrund. So, damit ihr das Ganze auch nochmal ausprobieren könnt, habe ich euch da mal so ein paar einzelne Zeilen in Bash vorbereitet. Und das Ganze läuft eben in einer Containerdatei. Also das könnt ihr quasi ohne Risiko so mal ausprobieren, ohne dass ihr jetzt einen USB-Stick anschließt oder eure Festplatte zerschießt. Daher nehmen wir einen 100 MB großen Container, in dem wir unsere ganzen LVM-Tests mal ausprobieren. Über DD lege ich das erstmal an. Diese 100 MB schreibt dann eine Datei unter TMP-LVM-IMG. Die ist komplett mit Nullen gefüllt, also ist letztendlich blank. Dann nehme ich diese Containerdatei und verbindet sie mit so einem Loop-Back-Device, also so einem Loop-Gerät, sodass ich eben über ein Gerät direkt auf die Datei zugreifen kann. Also das sieht für andere Programme so aus, als ob ich dann ja eine Festplatte dran hätte und die ganzen Daten landen natürlich nicht irgendwo auf einer Festplatte, sondern in dieser Datei. Dann lege ich meine Struktur an, also diese Physical-Volume-Struktur, auf meinem Loop-Gerät. Ich habe da die 7 genommen. Ihr könnt auch eine kleinere Nummer nehmen, solange die halt noch nicht verwendet wird. Aber 7 war bei mir auf jeden Fall frei, darum habe ich das so mal gemacht. Dann legen wir wiederum unsere Volume-Group an, dieses Mal nur aus einem Gerät, diesem Loop 7. Und dann legen wir einen Swap-Bereich an, nicht mit einem Gigabyte, weil das Ganze ein bisschen kleiner ist. Und zur Demonstration gönnen wir uns eben bloß 10 Megabyte dafür, formettieren das Ganze mit MK-Swap, dass es auch so ein Swap-Dateisystem hat. Und danach nehmen wir den restlichen Speicher-Bereich und machen unser Root-Datei-Volume-Dingsbums und danach formatieren wir das Ganze mit Ext 4. Dann haben wir hinterher was, was ähnlich aussieht wie das, was der Debian-Installer bauen würde. Allerdings ohne die Kryptohülle. Das probieren wir jetzt einmal so aus. Ich habe hier jetzt ein Linux Mint. Und ich hole mir da erstmal eine Shell für. Das ist natürlich mal ein bisschen größer. Sage jetzt sudo Bash, weil ich Root-Rechte da verbrauche. Oder vielmehr für einige von diesen Operationen brauche ich sie, für andere nicht. Da einfach halt halber mache ich das jetzt komplett als Root. Und jetzt mache ich letztendlich bloß noch Kopieren, Einfügen. Also hier meine 100 MB bzw. 105 MB, je nachdem wie man es rechnet. Dann habe ich hier hinterher meine Image-Datei. Und so, nochmal mit dem. Also das Ding ist 100 MB groß. Dann verbinde ich jetzt mein Image mit einem Loop-Device. Das mache ich über LO-Setup. Dann habe ich hinterher hier mein LS-L und gucke da nochmal rein. Und dann habe ich hier eben die Möglichkeit, über Dev-Loop 7 drauf zuzugreifen, auf diese Image-Datei. So, als ob es eben ein Datenspeicher-USB-Stick sonst was ist. Dann lege ich meine Struktur an. Das geht auch sehr schnell. Dann erstelle ich meine Volume-Group aus nur einem Gerät. Das hat auch funktioniert. Und dann lege ich meine Logical-Volumes an. Einmal hier mit dem Swap-Bereich, der bloß 10 MB eigentlich groß sein sollte. Der hat es mal hochgerundet. Auf 12 MB bin ich auch zufrieden mit. Dann lege ich hier noch meine Swap-Formatierung an. Das hat dann auch funktioniert. Und den restlichen Speicher-Bereich nehme ich und mache mir daraus ein Logical-Volume für mein Rout-Datei-System und formatiere das Ganze. Ja, das geht alles relativ zügig. Und wenn ich jetzt noch mal gucke, wo jetzt diese zusätzlichen Gerätedateien gelandet sind unter DevMapper, also für den Device-Mapper. Das ist auch so eine Abstraktionsschicht, wo der LVM seine Sachen einblendet. Da habe ich jetzt hier eben VG1-Root und VG1-Swap. Das sind eben meine Logical-Volumes, die ich gerade erstellt habe. Und jetzt könnte ich das Ganze auch noch mal mounten. Beziehungsweise ich muss das natürlich einmal anlegen, den Mount-Punkt, weil den gibt es ja noch nicht. Und dann habe ich das Ganze auch noch gemountet. Dann habe ich hier unter, ja, DMP-MNT meine Volume Group 1 gemountet und kann da eben Daten reinschreiben. Ja, genau. Und Debian, der Installer, der würde da jetzt eben seine ganzen Dateien und Verzeichnisse reinschreiben mit dem Paketmanager, mit dem Desktop vielleicht und so weiter und so fort. So, kommen wir jetzt zu den Grundlagen von Verschlüsselung. Ja, ich bin kein Kryptologe oder so. Von daher die tiefe Bedeutung von diesen Verfahren, wie sie mathematisch ablaufen und wie das Ganze funktioniert, warum das sicher ist, das entnehmt ihr bitte irgendwo anders. Es gibt bestimmt tolle Videos bei YouTube oder bei Wikipedia. Da gibt es auch Artikel darüber, wie das Ganze funktioniert. Von daher gibt es von mir eher so eine allgemeinverständlichere Zusammenfassung. AIS ist eins von den am weitesten verbreitesten Verschlüsselungsverfahren. Das funktioniert symmetrisch. Das bedeutet, dass ihr denselben Schlüssel zum Ent- und Verschlüsseln verwendet, im Gegensatz zu asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, wo ihr eben zwei unterschiedliche habt. AIS ist ein sogenanntes Blockverschlüsselungsverfahren, was immer 16 Byte bzw. 128 Bit verschlüsselt. und eine Schlüssellänge von maximal 256 Bit hat. Dieser Schlüssel ist halt von eurem Passwort, was ihr eingegeben habt, so eine Repräsentation, quasi ein Hash auf eben 256 Bit. Zum Thema Sicherheit. Ich habe bis jetzt nirgendwo anders gelesen, dass AIS irgendwie gebrochen wäre. Gebrochen ist so ein Algorithmus, wenn man auf relativ einfache Art und Weise, ohne dass man das Passwort kennt, Dinge entschlüsseln kann. Das habe ich nirgendwo gefunden. Wikipedia sagt dazu, es ist kein praktisch durchführbarer Angriff bekannt. Also man kann jetzt quasi alle Passwortmöglichkeiten durchprobieren und mit Glück hat man hinterher eben den Klartext. Das ist aber eben kein praktisch durchführbarer Angriff. Das ist einfach durchprobieren. Und bei der großen Menge von verschiedenen Schlüsseln, die es dabei gibt, ist das quasi nicht praktikabel. Selbst die schnellsten Rechner oder Grafikkarten, die beißen sich aktuell jedenfalls noch dran die Zähne aus. Kann natürlich irgendwann anders aussehen, dass es irgendwann Quantensysteme gibt, die sowas in sehr schneller Zeit können. Aber soweit sind wir halt noch nicht. Also von daher gilt AIS im Moment noch als sicher. Aber wir haben ein grundlegend anderes Problem. Da wir immer bloß 16 Byte, das ist ja sehr, sehr wenig eigentlich, auf einmal mit AIS verschlüsseln können, müssen wir immer 16 Byte nehmen, verschlüsseln, die nächsten 16 Byte wieder verschlüsseln und so weiter und so fort. Wenn man jetzt immer denselben Schlüssel verwendet, wie zum Beispiel, wir haben diesen Tux auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite haben wir quasi das Verschlüsselte davon. Dabei ist relativ einfach ersichtlich, dass das immer noch so ein Pinguin ist. Auch wenn jetzt innerhalb von diesen 16 Byte nicht mehr unbedingt genau zu sehen ist, was da drin ist. Aber man kann eben relativ leicht noch auf dieses Ursprungsbild zurückschließen. Und das funktioniert eben nicht bloß für Bilder, sondern eben auch für andere Daten. Man kann eben Charakteristiken bei Bildern, bei wahrscheinlich Tonaufnahmen und sonst was dabei rausfinden. Von daher sollte man nicht immer denselben Schlüssel für jeden Block verwenden, sondern sollte eben eine andere Methode verwenden. Dieses immer denselben Schlüssel verwenden, das ist dieses EBC, Electronic Code Block Mode, den sollte man nicht verwenden. Da gibt es was Besseres. Das gibt verschiedene Varianten, also CBC zum Beispiel, Cypher Block Chained Mode. Das sorgt dafür, dass einfach jeder einzelne Block, diese 16 Byte, mit einem individuellen Schlüssel verschlüsselt werden, so dass wir hinterher quasi so ein Rauschen haben, was aus diesem Pinguin entsteht. Und XTS ist eine Weiterentwicklung von dem CBC und ist nochmal irgendwie besser. Aber guckt euch das im Detail an, wenn euch das interessiert, wie das funktioniert. Also wir haben erstmal hier eine Verschlüsselung, die immer bloß 16 Byte verwendet und dann eine Methode, die dafür sorgt, dass wir immer individuelle Schlüssel für jeden einzelnen Block verwenden, so dass wir dieses, ja, letztendlich Rauschmuster nachher haben. So dass man von außen ohne den richtigen Schlüssel nicht mehr erkennen kann, was da drin ist. Und exakt das wollen wir haben. Das sind jetzt erstmal so die Grundlagen für Kryptografie im ganz Schnelldurchgang. Und wie gesagt, guckt euch das irgendwo anders an, wenn euch das in der Tiefe interessiert. Lux selbst kann man mit verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen verwenden und eben auch mit diesen verschiedenen Verkettungsalgorithmen. Ich habe jetzt da mal was rausgesucht, was eigentlich so der aktuelle Standard ist. Und damit das Ganze auch wieder leichter zum Ausprobieren für euch ist, wiederum eine Containerdatei, 100 MB Nullen, dieses Mount der TMP Lux anlegen und dann über Crypt Setup Lux Format minus C und da taucht jetzt eben auf AES, der Verschlüsselungsalgorithmus, XTS, die Variante für diese, ja, Schlüsselableitung von einem zum nächsten Block und Plane64. Das Plane64, das sorgt nochmal dafür, dass ein zusätzlicher Wert in XTS einfließt, fließt, woraus denn wiederum dieser Schlüssel abgeleitet wird, der zum eigentlichen Verschlüsseln und Entschlüsseln der Daten benutzt wird. Und das ist die Sektornummer, die als 64-Bit-Zahl verwendet wird. Das fließt da auch nochmal mit rein in diesen Algorithmus. Und dann haben wir hier mit S512 die Schlüssellänge für AES. AES hat ja bloß 256-Bit als Schlüssellänge, aber es werden eben zwei Schlüssel benötigt dafür, darum eben 512. Und dann haben wir noch einen Hash-Algorithmus, der aus unserem Passwort, was wir eingeben, den Schlüssel generiert. Also das Passwort selbst wird nicht als Schlüssel verwendet, sondern eben daraus dieser Hash-Wert, damit das noch ein bisschen komplizierter wird und damit auch wirklich diese 256-Bit beziehungsweise 2x256-Bit auch aus kürzeren Passworten rauskommen, beziehungsweise dass wir immer die richtige Länge haben. Und am Ende von dieser Befehlsteile legen wir noch fest, in welcher Datei unser Lux angelegt werden soll. Weitere Informationen findet ihr unter anderem bei CryptSetup. Da gibt es bei GitLab eben eine Wiki-Seite, wo nochmal diese verschiedenen einzelnen Parameter erklärt sind, teilweise auch noch mit irgendwelchen Sicherheitshinweisen, genauso wie beim Gentoo-Wiki. Da guckt ihr einfach mal vorbei, wenn euch das interessiert. Ansonsten gibt es zu vielen anderen Dingen sehr, sehr viele Artikel zum Thema Sicherheit, Algorithmen und so weiter und so fort. Guckt da vorbei, wenn euch das interessiert. Ansonsten müsst ihr damit vorliegen nehmen, was ich hier so erzähle. Nach dem Lux-Format haben wir unseren Container angelegt und da ist auch diese Lux-Struktur drin. Aber wir haben eben noch kein Dateisystem. Wir müssen also erstmal mit CryptSetup und LuxOpen unseren Container Temp-Lux-Img einmal öffnen und dann unter Lux-Img oder irgendeinen anderen Namen das Ganze wiederum in DevMapper Lux-Img abbilden. Das ist so ähnlich wie bei dem LVM, was wir vorher schon hatten. Also das wird in einer anderen Repräsentation unter DevMapper zur Verfügung gestellt, sodass wir auch darauf zugreifen können. Nämlich mit MKFS-XT4 legen wir erstmal die Struktur von unserXT4-Dateisystem drauf an und mit dem Parameter "-m0", sagen wir auch noch, dass Root keinen speziellen Speicherbereich zur Verfügung kriegt. Ansonsten wäre es halt so, dass Root noch zusätzlichen Speicher hat, den normaler Benutzer nicht beschreiben dürfte. Das ist, glaube ich, so als Idee gedacht, wenn die Platte oder Partitionen vollläuft für normale Benutzer, dann hat Root immer noch Platz, um da Dinge machen zu können. Nachdem wir unser Lux einmal formatiert haben, bauen wir uns neuen Einhängepunkt unter tmp-lux-Img und mounten das Ganze auch noch mal da rein. Dann gucken wir auch noch mal nach, wie viel Speicher wir insgesamt frei haben und was da schon drin ist. Kleiner Spoiler, es fehlen ungefähr 16 MB, denn dieser Lux-Header, wo Strukturen abgespeichert werden, damit das ganze Lux-System funktioniert, der verbraucht ungefähr eben diese 16 MB. Hinterher sollte man das Ganze natürlich auch noch wieder aushängen, also erst mal mit U-Mount aus dem Dateisystem aushängen und hinterher das Lux auch schließen. Und erst nachdem wir Lux Close gemacht haben, ist es insofern auch sicher, wenn jetzt jemand das klauen wollte, gibt es bloß halt die verschlüsselten Daten. Wenn wir das Lux Close noch nicht gemacht haben, könnte man darauf immer noch zugreifen über ein neues Mount. So, gucken wir uns das Ganze jetzt auch noch mal an. Ich bin wiederum in meiner virtuellen Maschine und dann mache ich wieder hier mit Kopieren, Einfügen, genau dasselbe, was ihr vorher gesehen habt. 100 MB hier Datei anlegen, mit Nullen füllen. Dann hier wiederum mit Lux Format das Ganze einmal formatieren. Jetzt muss ich einmal sagen, dass ich das auch wirklich machen will. Dafür muss ich jetzt jetzt auch wirklich in Großbuchstaben eintippen. Andere Schreibweisen funktionieren nicht. Und jetzt sollte ich eine Passwort-Phrase, also einen Satz oder was relativ langes eingeben. Ich mache das jetzt mal kurz. Ihr habt es eh nicht gesehen. Dann wird jetzt hier diese Struktur angelegt in meinem Container. Das dauert ein bisschen. Da werden bestimmt auch irgendwelche Dinge ausgewürfelt. Und mit Zufall wird darum gespielt und sonst was. Und als nächstes öffne ich meinen Container, den ich gerade angelegt habe. Jetzt muss ich wiederum mein Passwort eingeben, beziehungsweise meine Pass-Phrase. Dann habe ich hier als nächstes das Formatieren. Unter dem Device Mapper ist eben genau das angelegt worden, also Lux EMG, wie ich es hier angegeben habe. Ich kann es eben auch anders benennen. Habe ich hier jetzt erstmal so gemacht. Und dann wird mein Lux formatiert. Dann als nächstes, machen wir gleich zwei Zeilen auf einmal. Einmal hier mein Verzeichnis, meinen Mautenpunkt neu anlegen. Aus dem Device Mapper mein Lux nehmen, Mounten und in das hier reinhängen. Und wenn ich jetzt nochmal gucke mit LS, ja es gibt ein Lost plus Found. Das ist das Standardmäßige, was angelegt wird, direkt nach dem Formatieren. Und wenn ich jetzt hier gucke mit Disk Free, wie viel ist da noch frei, dann fällt auf, dass das Ganze jetzt hier 78 MB insgesamt bloß hat. So 16 MB ist dieser Lux Header drin mit Verwaltungsstrukturen. Und von daher wird da ein bisschen was abgezogen. Es ist hier noch ein bisschen mehr, was da fehlt. Und ein Prozent ist sogar schon verwendet. Also da geht irgendwo noch ein bisschen Speicher verloren. Von daher kriege ich halt weniger Rohkapazität als das, was ich hätte, wenn ich jetzt direkt eine Partition formatieren würde. Aber das hat soweit schon funktioniert mit dem einmal einhängen und so weiter. Und jetzt hinterher nochmal aufräumen. Einmal mit U-Mount wiederum aushängen und Crypt Setup, Lux Close, damit die Verschlüsselung auch wieder zu ist. Bis jetzt gibt es ja bloß ein einziges Passwort oder eine Passphrase, um dieses Lux zu öffnen. Wir haben bei Lux aber die Möglichkeit, bis zu acht verschiedene Passworte oder auch Schlüsseldateien anzugeben, mit denen man das Ganze auch öffnen kann. Die sind alle gleichwertig. Und ja, in Lux selbst, da werden in diesem Header so quasi Gegenstücke zu den einzelnen Passworten abgelegt. Das sind irgendwelche Hashes oder sowas. Und damit kann man denn das Ganze öffnen. Wenn ich jetzt ein zusätzliches Passwort hinzufügen möchte, mache ich das über Lux at Keep und gebe noch den Namen von meinem Container an. Oder da kann eben auch stehen, dass ich eben devsda3 oder so haben möchte. Also wo auch immer ich mein Lux angelegt habe. Ich kann aber auch Passworte wieder deaktivieren. Das geht mit Lux remove key. Und anstelle von einem Passwort kann ich eben auch Schlüsseldateien angeben. Wenn ich jetzt einfach mal hier 1000 Byte Zufallsdaten aus dev u random rausziehe und in Schlüsseldatei.dat schiebe, dann kann ich das eben auch als zusätzlichen Schlüssel hinzufügen. Nicht als Passwort, sondern als Schlüsseldatei. Und da gebe ich eben den Namen von dieser Schlüsseldatei mit an. Und ich kann den Schlüssel auch genauso gut wieder deaktivieren. So dass ich eben den Namen angebe und nicht bei anderen reintippe. Ich kann auch vorhandene Passwörter oder Schlüsseldateien aus dem Lux wieder rausnehmen. Das kann ich dann über Lux Change Key machen. Gucken wir uns das Ganze auch noch mal wieder in der virtuellen Maschine an. Ich möchte jetzt einen neuen Schlüssel hinzufügen. Damit ich einen neuen Schlüssel hinzufügen kann, muss ich das Passwort von einem bestehenden eingeben. Und erst dann darf ich jetzt in ein neues Schlüsselfach hier mein neues Passwort eingeben. Und jetzt habe ich eben ein zusätzliches Passwort hinterlegt, mit dem ich das Ganze auch öffnen kann. Genauso gut kann ich jetzt auch wiederum was ändern. Also ich kann jetzt hier meinen ursprünglichen vielleicht einfach mal löschen. Wenn ich jetzt hier wiederum mein ursprüngliches Passwort eingebe, dann ist das jetzt weg. Und ich hätte jetzt eben nur noch die Möglichkeit, über mein neues Passwort darauf zuzugreifen. Jetzt das Ganze noch mal mit einer Schlüsseldatei. Ich lege mir jetzt hier 1000 Byte in dieser Schlüsseldatei an. Das ist halt zufällig. Wenn wir reingucken. Ja, es ist binär. Und dann sieht es halt so aus. Nicht besonders hübsch, aber so soll es eben auch sein. Es soll ja zufällig sein. Denn wenn wir sehr zufällige Daten haben, sind die halt sehr, sehr schlecht zu erraten. Im Gegensatz zu Passworten, die sich Menschen ausdenken, die sind eher leichter zu erraten, weil die halt nicht so einen großen Umfang von verschiedenen Buchstaben-Zahlen-Kombinationen haben. Und hier haben wir eben auch noch diese ganzen Binärdaten mit dabei, die halt eben keine druckbaren Zeichen sind. Wenn ich jetzt den neu generierten Schlüssel auch hinzufügen möchte, in so ein neues Schlüsselfach schieben möchte, mache ich das so. Ich muss wiederum ein Passwort eingeben von meinem letzten verbliebenen Schlüsselfach. Dauert das auch wieder ein bisschen. Und dann wird dann gleich diese Schlüsseldatei hinzugefügt, dass ich damit das Ganze quasi auch automatisch öffnen kann. Und dann nochmal das Gegenstück dazu. Wenn ich die Schlüsseldatei auch wiederum entfernen möchte, dass ich das damit nicht mehr öffnen kann, das Lux, dann mache ich das halt so. Und wenn ich jetzt hier nochmal das Letzte mache mit Change-Key, dann muss ich noch was eingeben. Also mein Passwort, also mein letztes verbliebenes Passwort, alles andere habe ich jetzt ja gelöscht. Und jetzt kann ich mir ein neues ausdenken und kann das damit setzen. Also ihr habt die Möglichkeit, bis zu acht verschiedene Passwörter, Schlüsseldateien dort quasi anzumelden und zu nutzen. Die sind alle gleichwertig und nutzt das, wenn ihr es brauchen könnt. Dennoch eine zusätzliche Sache. Lux hat einen Header in diesem Lux-Container drin. Das ist eine Struktur, die eben alle möglichen Parameter enthält, die auch wirklich nötig sind, damit dieses Lux-Volumen auch geöffnet werden kann. Wenn das irgendwie kaputt geht, dann kommt ihr auch nicht mal an eure Daten. Dann ist es auch wirklich weg. Zum Glück hat Lux eine Möglichkeit, diesen Header zu sichern. Den könnt ihr ja eben in eine Datei speichern und auch wieder herstellen. Und falls ihr das nicht gemacht habt, könnt ihr auch noch versuchen, über Crypt-Setup, Repair und eben wie das Gerät heißt, das Ganze zu reparieren. Aber ein Backup machen ist natürlich besser. Denn wenn zufälligerweise mal ein Bit auf eine Festplatte kippt oder eine SSD da eine kaputte Zelle hat und das nicht automatisch erkannt wird, dann ist das Ganze auch weg. Selbst alles andere, was verschlüsselt ist, außerhalb von dem Header-Bereich, das ist zwar vielleicht dennoch lesbar, aber ihr könnt es halt nicht entschlüsseln. Weil wenn der Header kaputt ist, dann nützt euch der Rest auch nichts mehr. Das ist so, wenn ihr den Hausschlüssel verloren habt, dann kommt er auch nicht mehr ins Haus rein, obwohl das Haus ja halt noch da ist. Abgesehen vom Schlüsseldienst, aber den gibt es ja nicht. Der Debian-Installer und weitere Distributionen, die haben das ja in ihrem Installationsprogramm alles mit eingebunden, dass es alles funktioniert. Wenn ihr ein System mit Lux und LVM gesichert habt, dann werdet ihr bei jedem hochfahren, bevor ihr euch einloggt, nochmal nach diesem Passwort oder dieser Passphrase gefragt. Wenn ihr das jetzt quasi selbst machen möchtet, also ihr habt vielleicht noch eine zusätzliche Festplatte in euren Rechner eingebaut, die dann verschlüsselt werden soll, dann könnt ihr darauf eben Lux einrichten, so wie ihr das gesehen habt in den vorigen Folien und wie ich das demonstriert habe. Ihr braucht ja keine LVM dafür, ihr könnt das auch direkt auf, ja quasi der kompletten Festplatte, wenn ihr keine Partitionen haben möchtet, einfach mal machen und dann könnt ihr das Ganze auch so einbauen, so dass ihr beim Hochfahren eben auch nach dem Passwort für diese zusätzliche Festplatte gefragt werdet. Zuerst müssen wir erstmal wissen, wie die UUID unseres Lux-Gerätes heißt. Das ist so eine eindeutige Identifikationsnummer, ganz grob gesagt, mit der man Geräte identifizieren kann. Das können jetzt Festplatten sein, SSDs, USB-Sticks oder eben auch Partitionen sein und die haben eben eindeutige Nummern. Die können wir über dieses BLK-ID raussuchen und wenn wir das Ganze noch durch eine Pipe und Grab jagen und Lux hinschreiben, dann kriegen wir eben bloß Lux-Geräte aufgelistet. Nachdem wir herausgefunden haben, wie die UUID unseres Gerätes ist, editieren wir die ETC-Crypt-Tab. Dort werden alle Geräte reingeschrieben, die Lux verwenden und die beim Hochfahren diese Passwortfrage stellen sollen. Wir denken uns irgendeinen Bezeichner aus. Das kann sein, hier mein total gesichertes Krypto-Dingsbums. Das können wir uns ausdenken, wie wir das haben möchten. Dann schreiben wir UID, großgeschrieben, gleich und dann diese UID, die uns BLK-ID gesagt hat. Direkt dahinter, dann sagen wir hier None und wichtig ist Lux, dass wir eben diese Lux-Passwort-Abfrage dort haben möchten. Discard könnt ihr machen. Das lohnt sich bloß bei SSDs. Da mit dem Controller der SSD gemeldet wird, ja übrigens, dieser Block hier wird nicht mehr verwendet, den kannst du jetzt eben freigeben und intern anders verwenden. Das schont eben die Zellen auf der SSD, sollte man machen, wenn es ein SSD ist. Wenn es jetzt eine Magnetplatte ist, dann bringt das nichts. Oder ein USB-Stick, der hat diese Logik, glaube ich, auch nicht. Wenn wir das jetzt hier einmal komplett ausgefüllt haben, schieben wir das mit Echo und diesen zwei Pfeilen in ETC-Cryptab rein. Das wird als neue Zeile am Ende angefügt. Dann bauen wir uns wiederum ein neues Verzeichnis, wo wir unser Lux einhängen möchten. Und dann machen wir in der ETC-F-Stub noch einen weiteren Eintrag, der dafür sorgt, dass nachdem da das Lux geöffnet wurde, haben wir es ja unter DevMapper, unsere Bezeichnung, ist es ja vorhanden. Und wenn wir es jetzt auch noch automatisch einhängen möchten, unter Media, Bezeichner zum Beispiel, dann geben wir das hier in diese F-Stub noch mit rein. Dateisystem könnt ihr halt so machen, könnt ihr ein anderes nehmen, müsst ihr ein bisschen anpassen. Und was im Falle von Fehlern passieren, wenn das Dateisystem irgendwie beschädigt ist, dann ist hier normalerweise remount.ro, also read-only, im nur-lesen-Modus, so wird das dann gemacht. Und aus den ganzen Sachen, die ich vorher gezeigt habe und dem hier, könnt ihr euch sowas denn eben mitbauen. So, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten und nicht schon an der Stelle aufgehört, wo ich gesagt habe, naja, wenn ihr es jetzt im Detail wissen wollt, dann guckt weiter, ansonsten lasst es. Dann, ja, abonnieren, Glocke drücken und guckt natürlich auch die anderen Videos, die es eben auch in der Playlist zum Thema Sicherheit gibt, wo Jean und Micha eine ganze Menge noch erzählt haben und wo ich auch noch ein paar Mal mit bei bin. Ja, guckt euch das an. Ansonsten, viel Spaß und bis dann. Und tschüss. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020